Hier kommt die... Oh Gott, nee. Hau ab. Eine Kiste kommt. Meine neue Möp. Ja, will mal Zeit. Ey, sie hat dich gesehen. Glaub ich zumindest. Ja, nee, doch nicht. Kann. Ah, du hast einen Zwilling. Nee. Oder hat doch. Wenn du Zwillingen gesehen hast, dann bist du bei... Kannst du mich auch gesehen haben. Äh, bei einem Monument? So Steine um dich drum? Ja. Okay, aber ich bin erstmal bei der Mandan hier. Und bei der anderen Gin. Und man kann eigentlich ein bisschen Speed geben. Perfekt. Wenn man schon eine Kiste findet, ne, muss man es auch einsetzen. Ja. Den Nörs an der Hand ist wieder. Oh, beste Kombi. Nicht. Oh, Hanno. Dann schenkt ihn ab. Oh Gott, sie sind ja meine hier. Oh Gott, geh weg. Ich mag dich nicht. Wir springen zusammen, die beiden. Okay, ja, das hat man gesehen. Äh, Hanno. Jungen, bleib stehen! Heilen, was das Zeug hält! Wir gehen gleich in Jenny. Tschüss, ciao, Jenny! Oh, die hat eine geile Schuhe. Oh, guck mal. Ich bin da weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na, ich bin ja im Kackraum. Okay, mich wollen sie irgendwie jetzt gerade doch nicht mehr. Okay, die gehen immer nur auf einen Ziel. Ihr könnt Jens machen. Oh, ich höre einen Jens. Oder? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Na, ich kratzen. Darf ich euch Zeit? Ja, okay. Hm, hm. Oh, das finde ich... Oh, okay. Dafür fliegen die Jens durch. Oh, okay. Nö, nicht mit mir, Mann. Jungen! Oh, hast du Bock? Ich hab zu weit. Hallo! Hallo! Ich... Irgendwie die Hand versichere ich die ganze Zeit nicht, aber dafür die ersetzte ich die beiden. Die kommen in unsere Richtung. Ja, die gehen immer so eine Kreisrunde. Aber bis jetzt so schlau sind sie jetzt nicht, ne? Oh, 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 oh. Ich hab sie am besten gegen gesetzt latschen. Äh, sind gerade abgelenkt. Oh, okay, jetzt hat sie mich gesehen. Oder auch nicht, ja. Oh, no, no. So, lass mich dich anfassen, Jungen. Mit dem Spiky Boy. Oh, die gehen jetzt aber jetzt wieder um, in die andere Richtung wieder. Ja. Weil die jagen sind. Oh, das... Oh, jetzt kommen sie doch wieder hin. Ja, okay, die kommen her, die kommen her. Nein, die gehen in die andere Richtung. Hä, okay, gut, okay, gut, 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 ich hab's gerade gesehen, wie sie... Okay, ich hab meine Aufgabe erledigt. Oh Gott! Geh weg mit deiner Axt. Ich mag dich nicht. Okay, gut, gib mir einen Boost. Danke. Wie? Okay, gut. Suchst du eine Mini-Lücke oder was? Ähm, ich hänge mal. Oh Mensch, entweilt. Ja, ich bin auch nur wunderbar, wo du bist. Oh, dann wird sie ihn zu Ende machen, ja. Und auch mal entgegen gesetzt. Wird ich in die Richtung von dir gekommen? Passt mich an, Jungs! Oh, oh, wir sind da, Mensch. Ein Opfer zum Anfassen! Ein rötliches Feld! Da ist ein Erlös. Da ist jemand umgekippt! Oh, oh, oh. Okay, gut. Warum hat sie in die Richtung? Oh Mensch. Umgekippte Palette. Wait, ist ein Gin? Okay. Ich weiß nicht mehr, ob da jemand ist. Aber ich würde den Shit eigentlich auch nicht fluss lassen. Natürlich. Oh, scheiß drauf. Natürlich. Komm, Antimente. Da läuft ein Zwilling. Oh, wow. Okay, die Nurz, Alter. Die hat eine Reichweite. Die sind, die sind auf jeden Fall und kommst. So krass, wie die sich ersprechen. Ja. Und den Bot haben auch. Oh, die sind gerade unterschiedlich unterwegs, aber kommt gleich wieder zusammen. Äh, nee, die sind immer zusammen. Nee, gerade waren sie auseinander. Ja, weil das machen sie nur ganz kurz. Und wir an der Tiebecken sich gerade dagegen sagen, die können sie mir mal holen. Oh, okay, ich finde es ne einer. Ich kann jetzt mal den Dwight-Dump folgen. Nee, ich finde es ne einer. Oh, oder zwei, oder drei. Pff. Äh. Hier ist schon wieder? Auch Bot. Ach, der Bot ist gestorben. Oh, ich muss mich jetzt aber wirklich mal von den fern halten, ne? Ja. Der Jen ist... Oh, der ist auch fertig. Mal noch ne Kiste. Bis jetzt hab ich nur die... Nee. Ich würde sagen, ich hab gerade... Bis jetzt nur die Handwurst. Oh, wow. Die sind... Oh, wow. Die sind genau... Äh, die hat die wieder mitten in meine Richtung gebracht. Ja, die sind wieder zusammen. Äh, die haben die wieder mitten in meine Richtung gebracht. Deswegen, ich muss jetzt die Handwurst nehmen. Oh, die haben mich... Wir haben die mich bitte nicht gesehen. Erstmal an Jenny gehen, ey. Oh, das war gerade... Dass die mich nicht gesehen haben. Problem ist, wenn du teilweise die schon hörst oder irgendwie ist schon vorbei, zu spät, weil die... 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 Die Nurse scoutet. Und dann kommt die Jägerin hinterher und snipet. Ja. Okay, die sind auf der anderen Seite ein bisschen jetzt da. Nö, ist wieder einer tot. Nö, Haku? Hier. Oh, ist neben mir gestorben. Passt. Ist neben mir gestorben. Nö, Haku, was ist los? Nö, was schluss? Frechdachs. Nö, was guckst du? Mein Jen ist auch 80%. Bitte kommt nicht her. Machst du gerade aufm... Oder liebst du noch? Nee, du bist tot. Nö, du bist tot. Ja gut, da kannst du keinen Jen machen. Oh Gott, Haku. Oh, Haku hat mich gerade... Mich alles voll komplett verschoben. Nein! Nein, Haku, runter. Runter. Nein. Nicht, wenn die Skillchecks kommen. Nein. Runter. Runter. Nein. Ah, 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 da kannst du mich mit deiner Klaue antapsen, wie du willst. Nö, ja, genau, so ist fein. Ja, so ist fein. Nicht auf die Tastatur gerade, wir haben drei Skillchecks. Ja, Jen ist nämlich heute gerade noch fertig gemacht. Ich werde von der Mauer angeatmet. Von Entity-Tuss oder was? Ist überhaupt noch am Leben? Oh, wir sind noch ein paar. Da ist noch ein Jenny. Bild mal, was verdammt ist da. Jo, guten Hunger, Flo. Hattest du mal da mal erzählen, was so leckeres... Oh Gott, hier sind ein paar mehr Jen, das gefällt mir nicht so auf Zwilen nebeneinander. Ich habe jetzt stark. Ja gut, ich will weg. Oh, oh Gott, okay, okay. Oh, das steht. Ja, ich werde gejagt. Egal. Oh Gott. Hauptsache, ich kann dich noch mal ein bisschen verwirren. Ich hatte noch mal einen Jen gemacht. Ja, ich habe meine Arbeit gemacht. Lök. Ja, jo, viel Spaß, oh Lök. Komm, auf die Mann, es reicht der Toten. Ja, guck, da guckt sie in die Hand, wie ich sterbe. Oh, guckt sie nach unten. Ups. Was ist denn da passiert? Hat deine Überlebenden sicher verhakt? Viermal, ja gut. Das sogenannte Wort mit X.